Hier sehen Sie Cloud-Based Type Verification als Anwendung der Smart Bridge-Technologie mit IoT-Connector der Firma Pepperl & Fuchs. Ein Standard-Ultraschallsensor triggert mit Smart Bridge-Technologie einen Track-and-Trace-Produktionsprozess in der SAP Cloud über Firmengrenzen hinweg ins Asset Intelligence Network. Diese Lösung ist für räumlich weit verteilte Systeme interessant, wo eine spezifische Verkabelung oder Installation großen Aufwand bedeuten würde. Das Besondere daran ist, es kann bewährte Standardsensorik verwendet werden, die eventuell bereits vorhanden ist. Bestehende Anlagen können ohne großen Aufwand nachgerüstet werden und es wird eine parallele Verbindung vom Shop in den Office-Floor geschlagen. In herkömmlichen Strukturen stehen Sensorsignale ausschließlich auf der Steuerungsebene zur Verfügung und können auf übergeordneten IT-Systemen nicht genutzt werden. Mit Smart Bridge und dem IoT-Connector werden Sensorinformationen parallel auf dem Office-Floor bereitgestellt. Mein Name ist Benedikt Rauscher und ich leite die Gruppe Industrie 4.0 bei Pepperl & Fuchs. Mein Name ist Benedikt Rauscher und ich leite die Gruppe Industrie 4.0 bei Pepperl & Firmengrenzen. Mein Name ist Benedikt Rauscher und ich leite die Gruppe Industrie 4.0 bei Pepperl & Firmengrenzen. Das ist Benedikt Rauscher und ich leite die Gruppe Industrie 4.0 bei Pepperl & Firmengrenzen.